So, in meinem Text sind Ähnlichkeiten zur benachbarten Bank gewollt und nicht zufällig. Auf einer kleinen Bank vor einer großen Bank. Erich Kästner. Worauf mag die Gabe des Fleißes, die der Deutsche besitzt, beruhen? Deutsch sein heißt, der Deutsche weiß es, Dinge um ihr Selbstwillen tun. Wenn er spart, dann nicht deswegen, dass er später was von hat. Nein, ach nein, Geld hinterlegen findet ohne Absicht statt. Uns erfreut das bloße Sparen. Geld persönlich macht mich froh. Regelmäßig nach ein paar Jahren klaut ihr es uns ja sowieso. Nehmt denn hin, was wir ersparten und verludert's dann und wann. Und erfindet noch ein paar Arten, wie man pleite gehen kann. Wieder ist es euch gelungen. Wieder sind wir auf dem Hund. Unser Geld hat ausgewogen. Ihr seid hoffentlich gesund. Heiter stehen wir vor den Banken. Armut ist der Lohn, ist der Mühe Lohn. Bitte, bitte, nicht zu danken. Keine Angst, wir gehen schon. Und empfindet keine Reue. Leider wurdet ihr ertappt. Doch wir halten euch die Treue. Und dann sparen wir aufs Neue, bis es wieder mal so klappt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017